So, äh, ja, moin. Ich hoffe grad mal, dass der Ton aufgenommen wird. Ähm, ja, willkommen zurück zu mein Kolonie und nicht Minicraft. Weil, wegen und so weiter, ne? Weil ich ja nicht richtig speichern konnte. Äh, hm. Ja, interessante Tür. Ähm, hm, egal. Ist das jetzt zwar nicht, aber egal. Ähm, ja, ich werde, äh, Minicraft später nochmal let's playen. Bin mir da, äh, aber nicht sicher, ob dann, wenn ich es irgendwann let's playen will, nicht schon Minitale draußen ist. Also, der Nachfolger von Minicraft. Denn wenn Minitale... Was war das denn jetzt? Das hat mir jetzt grad Angst gemacht. Okay, ja. Ich mach mal ein Stück lauter. Damit, ja, ne, das ist mir jetzt schon wieder zu laut. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob man das grad gehört hat, aber das hat grad ganz schön gruselig geklungen. Ähm, ja. Ja, jetzt hab ich auch noch Angst zu stellen. Ne, bevor ich stehen geblieben. Und zwar werde ich, äh, den Minicraft später, zu einem späteren Zeitpunkt, äh, nochmal let's playen. Wenn in der, ich denke mal so, in einem Monat würde ich sagen. Ähm, und falls denn in diesem Monat, zumindest schätze ich mal, dass es in einem Monat wird. Äh, wenn denn in diesem Monat nicht schon, äh, der Nachfolger von Minicraft draußen ist. Weil das ist ja sinnlos, denn Minicraft zu let's playen, wenn denn schon Minitale draußen ist. Und so weiter, ne. So, also ich habe keinen Plan mehr, wo, wie, was wir das letzte Mal stehen geblieben sind. Ich habe diesen Monat schon ewig nicht mehr, let's, schaut. Hallo. Hallo, junge Dame. Ähm, ja, was macht man denn in dem Monat? Ich hab den schon so lange nicht mehr gespielt. Komm, mal gucken hier, unser Bauarbeiter, was hat der denn so schönes alles? Äh, und zwar wurde übrigens der Mod, den ich dachte, dass der gar nicht geupdatet ist. Ja, der wurde schon lange geupdatet. Nur das stand nicht in den News. Ich gucke ja immer bloß in den News. Ähm, und denke, denen kann man vertrauen, den News. Ja, scheiße ist. Wurde schon ewig geupdatet, der Mod. Und ich dachte, der ist noch nie so weit. Welches Haus bauen wir denn jetzt übrigens als nächstes aus? Was ist das denn da für eine Fehlgeburt da? Aha, was ist denn hier passiert? Ach, das Haus wird gebaut. Ach so. Ach, der junge Herr da drüben braucht die Rohstoffe zum Ausbauen. Na, Mensch, sagen sie das doch immer. So, guten Tag. Jackson. Ah, okay. Du brauchst Steine. Gut. Und Koppelstein. Ah, und Wut und Worte. Mann, dir kann man eh nicht vertrauen, du Arsch. Weil du voll kacke zur Zeit gemoddet bist. Und ich hoffe, dass sich das noch ändert, sodass die Angaben vielleicht eventuell irgendwann mal stimmen, ey. Ja, da rege ich mich auf. Das ist ja ranzig, ey. What? Was? Reden die jetzt? Alter, ist ja geil. Hallo. Hä? Äh, cool. Äh, ja, ich meine, ja, das wusste ich natürlich, weil ich mich vorher informiert hab. Was in der neuen Version drinne ist, ist ja klar, oder? Also, das, äh, wusste ich alles, dass die jetzt reden und so. Und ich denke, ich weiß auch, dass hier noch mehr Neues drinne ist. Ich weiß nur nicht was, aber ich denke, ich weiß das. Und, ja, versteht er? Cool. Das war bestimmt auch erst das gruselige Geräusch. Warte mal da. Ach, warte mal. Ja, warte mal. Ah, die Musik mal so auf 60? Ähm, dann hör mal, wer uns hier mal anquatscht. Weil das ist ja schon mal ein geiles Feature, ne? Ja, ich... Ja, ich hab jetzt, äh, die letzten Wochen Millenair gespielt. Aber nicht Let's Played. Was ich ja eigentlich noch, äh, noch irgendwann mache. Es steht noch ganz tief und fest bei den Gedanken. Genauso wie den Hero Bramod. Äh, äh, Let's Playen tue ich das ja nicht. Ich Let's Schaue das. Oh, ja. Äh, und zwar werde ich den auch noch Let's Schauen. Äh, es steht halt nur immer noch nicht fest wann. Also, so, ich nehme mir das immer vor und so, aber es steht noch nicht fest wann. Das ist immer cool. So, waren wir stehen geblieben. Im Straßenbau, so wie es aussieht. Äh, im Millenair habe ich aber, äh, Sand genommen. Das sah auch ganz geil aus. Aber wir haben hier so viel Sand, das ist das Problem. Ich guck mal, da ist nicht so zum Sand. Und schreiben alle, ja, da ist so genug Sand. Ne, äh, 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 ne. So, wie verbinde ich denn das jetzt hier? So, hier. So. Aha, die Schippe ist kaputt. Super duber. Alter, irgendwie ist die Musik lauter als der Sound. Kommst mir grad vor, oder? Ja, so ist es schon besser. Äh, wir haben noch Sticky. Ach, ach, da ist der Stein. So, ja, ich bin voll krass korrekt auf Peaceful, obwohl ich auf Easy spielen will. So, irgendwie ist mir der Bowsound echt zu laut. 75? Ja, geht schon. Ja, weil ich hab ja dann immer Angst, dass das meine Stimme übertönt, ne. Und das wäre dann ein bisschen scheiße. Oh Gott, mir geht der, der, Dings aus. Hier, die Scheiße geht mir aus. Also, die Scheiße geht mir nicht aus. Ich denk mal davon, ob ich... Ah, ich will das jetzt nicht vertiefen, ne. Ja, ne, ist schon okay. Äh, wir haben keinen Gravel mehr, wollte ich damit sagen. Sonst nix weiter. Ja, ich geh mal gucken, ob er noch welchen hat. Ach, ich kann nicht mehr rennen, ich verhunger. Ich spiel Millionaire nämlich die ganze Zeit auf Peaceful, ne. Äh, deswegen bin ich Nahrung und so gar nicht mehr gewöhnt. Ähm, aha, spitzer Gebraucher. Gut, warte mal, wie heißt denn du? Aha. Halbstone-Name. Cool. Ähm, hier, pass auf. Kriegst gleich mal zwei Halbstone. So, zwei Stück. Ne, Crafty-Box nicht. So, so. Ab geht er. Ab geht er, der Peter. Mach weiter da unten. Mach zackig. So, hallo, Jennifer E. Meiler. Ähm. Ja, ich muss in diesen Entschuldigung. Nicht gut genug, ey. Wo, was, was? Ja, äh, ich hab das, äh, jetzt voll verstanden, was du von mir wolltest. Dankeschön. Nicht gut genug, ey. Was? Gleichfalls. Gleichfalls. Ebenso. Die hat mir nur Gesundheit gesagt, ne? Ähm, was? Stehst du denn hier schon wieder rum? Willst du gleich in... Ach so, das Haus wird fertig sein, oder? Ach, nee. Ach, warte mal. Äh, äh, äh. Ähm, nee, der braucht bestimmt noch ein bisschen sowas und sowas, oder? Brauchst du das? Hier, komm. Oji, machen wir los. Ist das Haus da... Soll das da fertig sein? Bist du fertig, Haus? Nö. How are you? Ja, ich bin Batman. Also, Melinda hat ab... Oh ja, hallo, ebenso. Ich... Ich glaub nicht, dass das grad ein Mensch war. Wenn nicht, dann hat er ungesund geklungen, der sollte mal zum Zahnarzt. Ja, genau, mit dir red ich. Oh, ich hab Zahnschmerzen... Krrrrk... Ähm... Alter, wo schwimmt die Alte denn? Nein, meine Güte, hä. So. Ist das grad schon wieder Nacht? Nö. Äh. Doch. Oh, doch. Alter, die Zombies. Ja, und dennoch der Sound. Und jetzt hier, wenn ich bin tot. Ja. Ja. Okay. Können wir so machen, wa? Halb fünfe pokern. Geht klar. Oh, ich fahr' mal. Jo, Glas brauchst, äh, Walter. Hab' ich nicht. Ah, ich hab grad auch keine Too Many Items drinne. Äh. Weil ich den Mod rausgenommen hab. Also. Milenär hab' ich jetzt auch nicht drinne, deswegen dachte ich mir, kannst du Too Many Items auch rauslassen. Weil brauchst du ja nicht, cheat'n du's ja nicht. Ja. Na, okay. Ich hab mir jetzt schon, äh, zwei Glas gecheatet. Apropos, jetzt kann ich ja... So, ich weiß jetzt nicht, war das schon erfahren? Oh. Oh, so viel Weizen, oh Essen. Ha, 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 ha. Ah. Die zieht. Ey, alte, schwinge die Hufe und metzle das Mais hier runter. Hast du, zieht? Hier, guck dir das mal an. also was muss man denn eigentlich alles noch geben frag ich mich die braucht sie ja das sieht sie ist 3 6 5 9 1 6 8 9 2 7 9 7 9 1 6 5 4 95 solltaste er zieht kann es in eine andere welt gehen oh gott das wird nacht ja 26 ok cool koral 31 10 brote leute alter krass oder heidi machen gehen heidi heidi jo was geht denn willst du mir was sagen ja das stimmt da gebe ich dir recht willst du mir auch was sagen bleh ich rülp's dich an blöde kuh äh das ist witzig dass die jetzt reden hm oh ich hab ein skelett ich nehme mal mein schwert äh die türen schließen jetzt nicht richtig ist mir jetzt tatsächlich so gefährlich dass ich die tür hier echt mal raus oh ich bin jetzt erschrocken oh ach man bin ich dämlich aber warum bin ich mir jetzt so erschrocken dass die tür hier geschlossen hat Prozent Prozent ich und um Prozent Prozent der Stopp ist in den instant beiget ich ich ich